Wir sind's mal wieder, die zock-süchtigen Frontschmeider von BigBotLP. Der Simon, auch bekannt als Professor Doktor 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 Fisch. Hallo! Und ich, meine Wenigkeit, der Gani. Bekannt als Gani, Robin, Hase, Rubin und so weiter und so fort. Wir zocken heute Battlefield 3 Koop, also ist das hier ein Let's Koop. Die Mission Dowering. Kurz und gut die Story erzählt, wir hocken im Heli und rotzen auf alles, was böse ist. Dann legen wir los! Ja, bang bang, Feuer frei! Bang bang, bangeli bang, ich sag bang bangeli bang. Ach, zwei dumme Ein-Gedanke. Idioten! Oh ja. Wartenaufspieler, ich hoffe, du fliegst, ich kann doch nicht so gut fliegen. Da du eingeladen hast... Weiß ich auch nicht. Ich glaube, bei der Mission reißt. Ich fliege, juhu! Da wollen wir mal. Ich fliege übrigens mit Maus und Tastatur. Im Gegensatz zu meiner Wenigkeit, ich würde mit Joystick fliegen. Der steht neben mir, aber da muss ich jetzt erstmal anschließen. Meiner ist angeschlossen und konfiguriert. Ja, ja, das ist ein bisschen schön. Genau. Ich sag Drehungen immer an, dass du weißt, in welche Richtung guckst du. Jo, haben wir ja so abgesprochen und hat so auch schon des Öfteren funktioniert. Das ist übrigens die einzigste fliegerische Mission im Co-Op bei BB-3. Leider. Ja. Die Mission macht einfach Laune. Auf was schießt du? Auf das Häuschen, wie immer. Du musst die Drehungen ansagen, Simon. Ja, das geht doch nicht los. Also die Spacken da unten da, die müssen wir ja beschützen. Ja. Ein, zwei US-Delta Force Teams. Deltas? Ja, klar doch. Rangers Army. Also. Ah, ich muss nachladen. Oh, du Spack. Du hast den Messer down. Ja, dann. Weitere Messer down. Rechts. Weiß moren. Ich gleite hier einfach. Ich glaub, du hast einen guten Blick so. Ja. Rechts. Sehr schön. Ja. Ja, ja. Ihr braucht immer Fire Support. Ich spieg gerade aus. Okay. Nice. Ich brauch ein größeres, was rauskommt. Gegner, freie Feld. Klasse. Zwei weniger. Rechts. Jawohl. Deine Ziele. Liegt das Haus an? Ich glaub, da warst ein Juggernaut auf dem Dach. Nicht. Der gelingt es übrigens. Ja, der war dunkler wie die anderen. Also von der Thermal her. Achso. Alter. Alter, die hoch. Ganz ruhig. Ziele. Ja. Erst die Panzerfaust down. Beide Panzerfaust down. Nice. Ein Gegner markiert. Drehe links. Sehr schön. Hätte ich dich auch drum gebeten. Nein, nein, nein. Nein. Also, wo hast du fliegen gelernt. H H H H Oh, 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 oh.